Und damit schön, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt. Soeben ist das neue Samsung Unpacked Event oder wie sie es auch immer nennen, zu Ende gegangen. Und hierbei wurden unter anderem zwei neue Smartphones vorgestellt. Und das ist einmal das Samsung Galaxy Z Flip 4 und das Samsung Galaxy Z Fold 4. Das sind die beiden faltbaren Geräte von Samsung, die sie so im Lineup haben. Und die ziehen sie mittlerweile, wie gesagt, jetzt auch schon seit längerem durch. Und das muss ich sagen, finde ich persönlich ziemlich cool. Vor allem, weil andere Hersteller das jetzt nicht so wirklich machen. Natürlich muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass die Verkaufszeiten von den Geräten noch nicht so der Hammer sind. Aber sie werden immer, immer besser. Heute wollen wir uns die mal ein bisschen anschauen, mal ein bisschen durchgehen, mal ein bisschen die Unterschiede zum letztjährigen Gerät anschauen. Und da bin ich zumindest auch persönlich sehr gespannt drauf. Wenn euch das Video gefällt und so, dann würde ich mich sehr über ein Like und vor allem über ein Abo freuen. Mit dem Abo, wie gesagt, würdet ihr mich sehr supporten. Das wäre ein sehr neustes Support. Jetzt soll es aber auch schon losgehen mit dem eigentlichen Video. Fangen wir mal an mit dem Flip 4. Meiner Meinung nach immer das Gerät, was ich persönlich interessanter finde, weil es einfach, man kann es kleiner machen und dieses Zammflippen wie so bei diesen alten Handys, auch wenn das nicht ganz meine Generation war, das fand ich schon immer ganz cool. Und das finde ich beim Flip 4 halt auch sehr nice, wie man es hinstellen kann und einfach so, finde ich den Formfaktor einfach am coolsten. Das Handy an sich hat ein 6,7 Zoll großes AMOLED Display. Mit einer Hand war es noch bedienbar. Man hat ja den Vortrag, dass es etwas länger ist, das heißt, der kommt von oben nicht hin. Aber dafür habt ihr auch in der Breite nicht so Probleme. Das hat man halt hauptsächlich gemacht, weil es halt komisch aussieht, wenn das Ganze ein bisschen ein Ticken breiter wäre und dann zusammengeklappt, dann wäre es ein bisschen komisch. So macht es schon mehr Sinn, weil es halt einfach dieses andere Seitenverhältnis hat, weil man es dann so halbiert zu einem, ich nenne es mal Quadrat jetzt. Die Vorseite ist natürlich, das Glas ist natürlich aus Kunst, das Glas ist natürlich aus Kunst, äh, das Display ist natürlich aus Kunststoff. Geht natürlich nicht anders, weil man Glas zwar nicht biegen kann, das ist zwar so eine Glas-Stutsch-Oberschicht oder so, aber das ist natürlich kein echtes Glas, ähm, und darunter ist natürlich Kunststoff. Das ist zwar nicht schlimm, es kann nicht so verkratzen, äh, also kommt darauf an natürlich, was die Seite so bietet, aber, äh, den Vorteil hat es halt, es kann vor allem nicht brechen, das ist der Vorteil, äh, Kratzer kriegt ihr natürlich trotzdem rein, auch wenn man hier diese Schutzschicht drauf hat. Die Rückseite ist zum Glück aus Gorilla Glass Victus, da hat man auch diesen Schiebemechanismus, der ist aus Aluminium, genauso wie der Rahmen, ähm, das soll auch so einem verhärteten, kratzfesten und pfeilfesten Aluminium sein, äh, ob das ist besser oder nicht, das sei eben selber überlassen, da ist es auf jeden Fall. Ähm, das Display natürlich, innen und drin, äh, bietet Amoled, äh, 120 Hz, HDR10+, äh, äh, auch natürlich eine Auflösung mit 426 ppi, also relativ hoch, 1200 nits, äh, natürlich ein sehr, sehr gutes Display. Es gibt auch noch ein kleines Display oben draußen, das hat 2,1 Zoll, ist also auch ein Ticken größer geworden, als das damals war, ähm, ähm, finde ich persönlich auch ganz nice, früher war es nur 1,9 Zoll groß, also jetzt ein Ticken größer, finde ich persönlich ganz cool, äh, da kann man halt so Sachen wie, ich glaube die Musik stoppen und, äh, Anrufe sehen und einfach solche Kleinigkeiten kann man da eben damit jetzt machen, das finde ich ganz cool. Ähm, Prozessor haben wir den 8, äh, den Snapdragon 8 Gen 1, äh, Plus Gen 1, äh, ist der beste Prozessor zur Zeit so, also, äh, in den meisten Geräten. Ähm, sonst hat sich, äh, auch an die Kamera so ein bisschen was geändert, hier haben wir einmal eine 12 Megapixel Hauptwinkel, äh, Hauptkamera und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, hier genau wie das jetzt mit 4K und 60FPS, die Kamera würde das können umhauen, ich hätte mir persönlich noch, äh, als Hauptkamera eine andere gewünscht, haben wir leider nicht bekommen und dafür dann beim Fold-Gerät. Ähm, auf der Vornseite haben wir hier eine 10 Megapixel, äh, Frontkamera, ähm, Lautsprecher natürlich der Lautsprecher, kein 3,5 mm Klingenbuchse, was auch wieder ein weniger nüchtern ist, ist das Laden hier, ja, wir haben ein schnelles Laden mit 25 Watt, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, ähm, wir können das Kabellosladen mit 10 und umgekehrtes Kabellosladen mit 4,5 Watt, finde das allgemein ein bisschen schwach, ähm, ich habe irgendwie schon noch das Gefühl, da geht schon noch deutlich, deutlich mehr, wieso das so wenig geht, ich weiß es nicht. Der Fingerabdrücksensor ist natürlich seitlich montiert, weiß im Display natürlich nicht geht, weil wir hier, wie gesagt, Grundstoff haben. Ähm, sonst muss ich sagen, auch wieder die Lautsprecher mit AKG abgestimmt, so wie man es halt eben von Samsung kennt. Ähm, ich finde das persönlich ganz cool, hätte mir aber, ähm, ja, auch so bei der Kamera so ein bisschen Unterschiede gewünscht, weiß ich, dass die Sensoren, äh, nicht geändert haben, also zumindest auch die Megapixel-Zahlen nicht, äh, da hätte ich schon noch ein bisschen mehr erwartet, da hätte ich einfach so ein paar Kleinigkeiten cooler gefunden. Ähm, früher hatten wir hier nur 15 mal schnelles Laden, jetzt 25 Watt, naja, besser würde ich das jetzt auch nicht unbedingt nennen. Ähm, ja, auch der Akku jetzt zwar mit, äh, 3700 mAh angewachsen, äh, zu damals, äh, 3300, das ist natürlich schon cool, aber es ist eben, ja, noch immer noch nicht das wahre, meiner Meinung nach zumindest vom Akku her. Soviel zum, ähm, Flip 4, jetzt gehen wir mal zum, Samsung Galaxy Z Fold 4, ähm, dieses hat, äh, auf der, naja, auf der Innenseite, nennen wir es mal Innenseite, also der großen Display, hier 6, äh, 7,6 Zoll, ähm, das äußere Display hat dann nur 6,2 Zoll, klingt damit gar nicht so viel Unterschiede, obwohl er eigentlich schon ziemlich da ist, weil eigentlich verdoppelt sich das Display zwar, aber wieso man dann so, ähm, grösentechnisch nicht so viel zugewinnen hat, so stehe ich persönlich jetzt nicht, ähm, aber, äh, das wird schon seine Gründe haben, ähm, das Display hier, ähm, natürlich auch wieder mit AMOLED 120 Hertz, nur das Beste vom Besten eben, äh, muss natürlich jeder selber entscheiden, ähm, was ich ganz cool finde, dass man hier mit der Größe gleich geblieben ist, nicht größer geworden ist, ähm, ähm, wir haben natürlich wieder auf der Frontseite natürlich wieder Gorilla Glass Victus, ähm, ähm, innen natürlich wieder Kunststoff, weil es natürlich wieder geklappt wird, äh, auch die Rückseite aus Glas, und auch wieder der Alu, äh, Rahmen aus Aluminium, diesen verbesserten Härteränder, hier haben wir auch einen Wasserschutz mit IPX8, ähm, das ist bis zu 1,5 Meter für 30 Minuten, ziemlich cool, was wir hier auch haben ist, nämlich die Stylus-Unterstützung, das heißt, wir können einen Stift dazu nehmen. Insgesamt hier, ähm, richtig, äh, haben wir ein paar coole Sachen meiner Meinung nach gemacht, das Display ist natürlich, vor allem auf der, inneren Seite, abgesehen vom Kunststoff, natürlich mit dem Aluminium und 120 Hertz, um 1200 nützt natürlich schon, sehr, sehr nice, vor allem durch die Größe, auch wenn die Auflösung hier mit 372 ppi, meiner Meinung nach, ein bisschen schmal gegangen ist, ähm, Prozessentechnisch haben wir natürlich hier wieder den Snapdragon Quicom 8 Plus Gen 1, ähm, finde ich gut, dass man hier sich für die Snapdragon Quicom Prozessoren, äh, entscheidet, die sind dann doch deutlich besser als die eigenen von Samsung. Ähm, Kameratechnisch hat sich hier diesmal ein bisschen was getan, wir haben hier einen 50-Megapixel Hauptsensor, nicht wie damals einen 12-Megapixel Hauptsensor, ähm, dazu haben wir dann noch einmal 12-Megapixel Tele mit zweifach optischem Zoom und 12-Megapixel Ultra-Weitwinkel. Ähm, Videos gehen hier auch mit 4K und 60fps, ähm, eine Selfie-Kamera ist, und das ist natürlich ziemlich cool, unter dem Display, ähm, das ist auch besser geworden als beim letzten Mal, äh, deutlich besser, äh, das muss ich sagen, natürlich ist natürlich schon ziemlich nice, dass man das hier so in gewisser Weise verändert hat, äh, auch wieder das mit dem Unterdisplay finde ich natürlich schon nice, bietet sich hier meiner Meinung nach auch an. Auch schwer natürlich wieder mit AKG-Stereo-Lautsprecher, ähm, die Coverkamera außen hat 10 Megapixel, die innen hat nur 4 Megapixel, die Bilder waren auch beim letzten Mal nicht so da, aber meiner Meinung nach Axon mit der Unterdisplaykamera besser. Ähm, laden können wir hier genauso schnell, ähm, nur der Akku ist hier deutlich größer, hier haben wir nämlich 4400 mAh, das ist deutlich mehr als beim letzten Mal, obwohl ich mir hier auch noch mehr gewünscht hätte. Ähm, ganz ehrlich verstehen kann ich das nicht, wieso man hier kein schnelles Laden verbauen kann, ähm, ist meiner Meinung nach einfach, äh, völlig unbegründet. Ich finde es eben schade, dass das Gerät halt einfach noch lange noch nicht an, sagen wir mal, ein Samsung Galaxy S21 Ultra ranreichen kann, das Gerät ist halt deutlich besser, kann deutlich schneller laden, hier mit 45 Watt, und, äh, hat auch noch eine deutlich bessere Kamera. Ähm, keine Ahnung, vielleicht machen wir es um Geld zu sparen, äh, ich fand es nicht so nice, in allgemein fehlen mir ein paar Veränderungen zum letztjährigen Gerät, die kann man halt doch an einer Hand abzählen, da ist es fast schlauer, wenn man sich das Gerät vom letzten Jahr holt, ähm, das finde ich wie gesagt, in allgemein ein bisschen schade, hätte man mehr rausnehmen können. Trotzdem fand ich das Event insgesamt ganz cool, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zum Event reinschreiben, äh, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, ich würde mich sehr über ein Like und wie gesagt auch über ein Abo freuen. Ich hoffe, wir sehen uns und bis dahin, reingehauen. das ist ein Beispiel. wir sehen uns das bei dir, wir sehen uns das über ein Aboúld, dass wir uns auch ein paar Felge fizerden, wie gesagt. Also, wir sehen uns jetzt nicht so wie gesagt, die haben wir wissen,